mach ich halt so 4 3 so passt schön behält später können wir auch leucht steine dahin da irgendwie einbauen oder so oder vielleicht ein kronleuchter in der mitte jetzt muss ich mir überlegen ich glaube ich baue jetzt erst mal wir haben nur noch neun eisenbarren wir können keine wir haben ja wieder eisen bekommen 33 reicht doch was werden da aber wieder 32 ich steine diesmal steine sein generell brauche ich sowieso keine mehr das kann jetzt alles weg ich mir auf jetzt ist schon wieder dunkel ja da ist gerade die spinne despawn 2 34 ok gehen wir schlafen so nächster kommentar ja dann hat er noch ein kommentar in dem ich mit dem batman main cat oder man wo man irgendwie sowas wird aufgeklärt hat wahrscheinlich habe ich ihn falsch erzählt keine ahnung aber ich hoffe ihr habt ihn verstanden knapp ok die haben mich nicht gesehen der hat mich gesehen der hat mich auch gesehen aber der ist gestorben und hier im dorf ist natürlich fast nichts wir haben ja hier überlegt höchstens dass irgendwo hier abweiter aus abbeben ist bord ist und dann hier reingehen laufen ist aber generell sollten wir hier sicher sein ja das lass ich jetzt noch mal durchlaufen einfach nur damit wir mal was haben so wie schaut es hier aus oh das ist ja schon wieder alles fertig ja noch nicht ganz ja das braucht noch ja egal lassen wir mal aber wir könnten ja vorher mal die kurzen weg reparieren so reparieren okay dann machen wir einfach hier mal hier das feld ist ja schon komplett fertig so ich habe schon wieder eins übersehen und nochmal hier ist noch nicht alles fertig dann muss ich jetzt einzeln durchgehen diese noch nicht fertig ok hier müsste glaube ich alles fertig sein ja hier ist alles fertig ok die rote können wir mitnehmen sonst ist da nichts ok passt und hier ist auch noch nicht alles fertig so da ist auch nichts drin ok geerntet so aber mal kurz wieder zu einem kommentar von john jetzt ist es soweit es ist bekannt winder erzählt Witze und zieht durchs land sorgt für härterkeit und freude beim aufruf heil leute das war nur das langweil und ich verabschiede mich wie so manche man in dem gedicht auf weiter sei er keine ahnung ob das jetzt absicht war oder wieder äh fehler fünfundzwanzig ich mach mal nur 10 äh eh ne 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 andersrum 10 kühel will ich machen also ähm 1 2 3 4 ja hier komm fress einfach ok ich hab jetzt 20 Kühe Das heißt, ich habe jetzt mindestens 30 Kühe hier drin. Das heißt, ich kann locker 10 töten. Hallo, Küchen. Hallo. Gebt mir schön eure... Euer Leder. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Okay. Und jetzt habe ich mindestens noch 20 Kühe hier drin. Und ich finde, das reicht. Ich habe mir elf Leder gegeben. Super. So, jetzt züchte ich noch zwei Schafe. Wollen wir jetzt das Wolle. Perfekt. So. Ganz hier. Okay. So, Hühner. Aber ich habe nur 14 Samen? Wieso nur? So, Hühner kann ich sowieso so viel züchten, wie ich will. Da warte ich dann erstmal, bis komplett das Gehege voll ist. Oder zum größten Teil. Oh, die wäre irgendwie jetzt fast rausgefolgt. Das hatte ich total vergessen. Okay. Hier das gleiche Spiel. Okay. Für dich bleibt es leer. Oder habe ich dich noch nicht gefüttert? Dich habe ich noch nicht gefüttert. Passt. Okay. Es sind noch keine 20 gewesen. Dann lassen wir das. Oh, ich verschone ich noch. So. Dann gehen wir zurück. Was wollte ich eigentlich? Keine Ahnung. Wie habe ich hier eigentlich noch? Der Kohleblock brennt ja immer noch. Ich habe da immer noch 32 Kohleblöcke drin. Das ist echt krass. Ist das ein Bug? Oder hatten wir da mal mehr drin? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sollte das erreichen. Ich hoffe nur, wir verschwenden keinen. Kohleblock. Weil die nämlich wirklich... Also nicht, dass ein Kohleblock für 10 oder was weiß ich. Vielleicht sogar nur für ein Kohle nochmal angeheizt wird. Das wäre ziemlich scheiße. Aber da bin ich jetzt auch zu faul nachzurechnen. Okay. Das Eisen ist fertig. 41 haben wir wieder. Wir könnten eigentlich mal Fleisch reinhauen. Oder Kartoffeln? Hm. Nee, Fleisch. Oder Kartoffeln. Ah, scheiß drauf. Rein mit dem Fleisch. Aber nicht alles. Äh, blub, blub. So. 1, 2, 3. Esst mir auch mal ein bisschen Fleisch hier. Ein richtig, richtig saftiges Steak. Oh, jetzt habe ich Hunger. Na ja. Haben wir sogar noch neuen Brot. Kartoffeln, Karotten, Eier. Samen. Haben wir hier noch. Zack, zack. Jeder kommt ja auch rein. Dann haben wir hier. Hier kommt der Stein rein. Äh, andersrum. So. Und der Kies kommt hier rein. Okay, passt. Jetzt brauche ich... Äh, wie ging das nochmal? So, glaube ich. Nein. Dann muss ich nochmal nachsehen. Wie ging das nochmal? Gleis. Genau andersrum. Hä, hä, hä. 16 Stück. Ja, könnten vielleicht sogar reichen für das erste. Ach, ich mache mal einfach nochmal 16. Nur zur Sicherheit. So. Ah, ich habe goldene Schienen vergessen. Goldene Schienen brauche ich etwas. Redstone, etwas Gold. Ein Stück habe ich. Steinstufen brauche ich. Und ich brauche... Wo habe ich es denn? Muss das nicht hier drin sein? Nein. Äh? Ach, Holzknöpfe waren es, die ich mir gemacht habe. Das ist natürlich blöd. Ich baue nämlich Steinknöpfe... Einen Steinknopf. Okay. Das ist jetzt 10 auf 10. Das heißt, er hat keine Mitte. Dann werde ich es so wie folgt machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hier. So, zwei, vier. Zwei, zwei, vier, fünf. Genau. Der hat keine Mitte. Was? Okay, so will ich das. Und jetzt habe ich mir die Türbeschiene nicht gebaut. Na toll. Zack. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Jo. Passt. Eigentlich mache ich immer alle 16. Mache ich eins. Aber so passt das auch. Okay, jetzt brauche ich... Aha, toll. Jetzt brauche ich eine Schiene. Eine Turboschiene. Boah, da werden leider nur sechs Stück hergestellt. Das finde ich ziemlich scheiße. So, wenn man jetzt hier drauf drückt. Zack. An. Was ich jetzt noch brauche... ...ist das hier, eine Lore. Hm. Okay, doch, alle acht. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Äh. Toll. Habe ich natürlich vergessen. Ich brauche dann natürlich eine Reds-Done-Fackel drunter. Äh, brüpp. Zack. Und... Nein, daneben. So. So. Zack. Und da habe ich sie. Jetzt. Ja. Jo, reicht. Vollkommen. Und es fungiert aber auch als Stopper. Oh. So wollte ich das jetzt nicht. Zum Beispiel, wenn man jetzt hier ist. Und... Zack. Stopp. Ach, wieso habe ich den jetzt abgebaut? So, und das bleibt schön hier. Und das ist jetzt unser privater Bahnhof. Unsere private Bahnstation. Wir können ja auch gerne noch Verschinderungstipps oder so sagen, aber fürs Erste lasse ich es mal so. Passt so, finde ich. So, der Rest kommt jetzt alles in den Truhen. Äh, brüpp. Stein. Das hier. Und hier noch 64 Stein. Redstone und Gold. Holz und die Gleise kommen hier rein. Okay, jetzt habe ich keinen Stein mehr. Ein bisschen Stein sollte ich doch behalten. Okay, ähm. Was machen wir jetzt? Drei Sachen haben wir noch nicht. Ah ja, das war Tanne. Dschungelbaum. Und Kaktus. Genau. Oh, hier sind... Das ist ein Zombie. Okay. Ich könnte mal ein paar Bücher machen. Mal sehen, wie viele wir schaffen. Blätter habe ich noch nicht. Die werden sonst hier... Oh, doch, habe ich. Wollte gerade sagen, die wäre sonst nämlich hier drin. Ähm. Blätter und... Leder. So. Bücher. Zack. Acht Bücher. Reicht für zwei Bücherregale. Mehr nicht. Schade. Naja. Immerhin schon ein paar Bücher, mit denen wir lesen können. Boah, wir werden so gebildet. Okay, die zwei Bücher kommen hier rein. Das Leder kommt wieder hier rein. Wie viele Wolle haben wir eigentlich schon? Ein und vier. Weil ihr Wolle. Genial. Die ist ein neue Sprachwortpaket, hat nur ein paar mehr Bugs. Äh, also äh, sind... Tintenbeutel, Enderperle. Sonst... Sonst... Sonst doch alles... Ja, so, ja. Was machen wir jetzt? Es ist schon wieder Nacht. Ja, Steak. Bleibt hier. Hm. Ich ging gerade aber überlegen. Wir haben eindeutig noch zu wenig Stein, um Askas Schloss bauen zu können. Boah, das sind aber viele Monster. Eindeutig. Davon abgesehen, müsste ich erst mal... Boah. Jetzt, wenn mir das schwer kaputt gegangen wäre. Der stand da oben am Rand. Ähm, davon abgesehen, müsste ich dann erst mal ein paar Bilder suchen. Ich weiß auch nicht, wo ich die herkriegen würde. Also über die Ebenen und so weiter. Was machen wir jetzt als nächstes? Mal überlegen, mal überlegen. Hm. Ihr könnt doch mal in den Kommentar schreiben, was ich noch alles machen sollte. Wie lange nehme ich eigentlich schon auf? Ja, jetzt seit etwa zwei Stunden. Etwas mehr vielleicht. Oder etwas weniger. Keine Ahnung. Etwas zwei Stunden. Hm. Sehen wir uns die nochmal an. Vielleicht haben wir ja doch irgendwo noch was verbessern. Hey, genug wäre es aber eigentlich. Ja, vielleicht hier noch eine drauf. Dann passt das schon. Passt eigentlich. Jetzt bräuchten wir ja nur noch eine zweite Station oder zweiten Bahnhof, wo wir hinfahren könnten. Haben wir aber noch nicht. Ich suche das Essen doch erst mal da rein. Immerhin haben wir noch 14 Ofenkartoffeln. Das reicht wahrscheinlich sogar noch für die ganze nächste Aufnahme. Hm, was machen wir? Wie viel Holz haben wir eigentlich? Oder, ne, wisst ihr was? Wir machen jetzt nochmal... Ich will noch etwa eine Stunde aufnehmen. Wir machen jetzt einfach nochmal eine Höhlentour. Brauche ich aber... Die Diamantspitzhacke. So eine kleine Drei-Folgen-Höhlentour. Eisen haben wir ja auch nicht mehr viel. Und vom letzten Mal, wo wir die Lapa gesucht haben, haben wir ja gesehen, dass uns sehr viel Eisen erwartet. Das könnten wir uns jetzt alles holen. So, irgendwo schießt ein Skelett auf mich. Ah, beim Gras ist es blöd. Da hat ein Element ein Grasblock gestohlen. Verfolgt er mich jetzt? Egal. Irgendwas wollte ich vorher noch erzählen. Ach, genau. John, wegen seinem Gedicht, vorhin genau das gleiche hat er auch bei Sandwich Games. Also bei Darius. Es war, glaube ich, sogar unter einem Video von Darius hat er das gebracht. Es ist in der Art, Wind hat mich geschickt. Nun bin ich hier. Ihr bekommt ein Abonnement. Und es hat einen Sinn, irgendwie sowas. Ich könnte ja mal kurz suchen. Der ist nämlich echt super. Das ist ja so. Auch. Das ist ja so. Ich mach-gerinn.